Heckenschneiden, das geht jetzt ganz leicht und bequem mit Gardena. Denn für jede Hecke und jede Anforderung gibt es die passende Heckenschere. Seitliches Schneiden, bequem und einfach mit der Gardena Ergocat Heckenschere. Sie drehen die Messereinheit um 90 Grad und los geht's, ohne umgreifen. Im Handumdrehen kürzen Sie das Grün, sauber, Zentimeter um Zentimeter. Das Heckendachschneiden, ein Handgriff und die Heckenschere ist bereit für den komfortablen Einsatz weiter oben. Sie stehen immer in der richtigen Position. Das ist bequem und das Gerät liegt immer angenehm und sicher in der Hand. Lasergeschnittene Präzisionsmesser halten das Schnitt gut und schneiden effizient, sauber und schnell Äste bis zu einem Durchmesser von 27 Millimetern. Schneiden ohne Blockaden? Ja! Der leistungsstarke Motor sorgt für durchzugsstarkes Schneiden ohne Unterbrechung. Und bei kleineren Gärten mit niedrigen und mittelhohen Hecken, dafür eignen sich die Gardena EasyCut Modelle. Hohe Hecken? Schnappen Sie sich die Gardena HighCut. Fixieren Sie das Teleskoprohr in der gewünschten Länge und bringen Sie die drehbare Messereinheit in die richtige Position. Los geht's! Schneiden Sie bequem. Diese Heckenschere ist der Star für hohe Hecken. Ein richtiges Kraftpaket. Und wenn die Hecke sehr hoch ist? Mit der Gardena HighCut vergrößert sich Ihr Arbeitsbereich bis zu einer Reichweite von 3 Metern. Winkeln Sie den Schneidkopf mit einem Griff ab, wenn Sie das Heckendach erreichen wollen. Sie brauchen keine Leiter, arbeiten sicher vom Boden aus und gelangen überall hin. Und seitliches Schneiden? Auch kein Problem mit der drehbaren Messereinheit. Sie drehen Sie um 90 Grad und starten. Ohne Umgreifen. Ob mit Elektromotor oder Lithium-Ionen-Wechselakku, Gardena hat für jeden Anspruch und Garten die richtige Heckenschere. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.